RIPSTREAM 7, Samstag, 2. Januar von 10 bis 22 Uhr Hi, heute gibt es alle Infos zum RIPSTREAM 7. Ja, das ist nur ein ganz, ganz schnelles Infovideo, was geht, Friends? Ich will euch ganz schnell noch informieren, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, am Samstag, 2. Januar 2021 von 10 bis 22 Uhr wird es einen 12-Stunden-Stream geben, wie jedes Jahr der RIPSTREAM 7. Jo, ich kann euch ganz schnell erzählen, was wir hier dabei haben. Wir haben tolle Spiele wie Wii Sports Resort, Fall Guys, ein Minischlag den Raffi-Checkbox mit euch, Mario Party 6 Online mit ein paar Gästen, Smash Bros, Minecraft und so weiter. Ganz viele Spiele sind am Start. Wir haben auch viele coole Gäste am Start, Fiends und Joggle zum Beispiel, Homie bei Minischlag den Raffi, bei Checkbox spielt meine Freundin wieder mal mit, Mario Party 6 mit Malik, Chris und Finn. Wir haben bei Minecraft vielleicht Chrissy am Start und von David und Hübi habe ich bisher noch keine Antwort bekommen. David muss erst schauen. Ich hoffe mal, der ist dabei für ein paar Smash Bros Runden, wo er mich ein bisschen zerstören wird oder ich hoffentlich ihn. Und ja, also behaltet am besten das Dokument, was unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. ripstream7.ripples.de könnt ihr auch einfach in jedem Browser eingeben, dann kommt ihr zu der Liste, wo drin steht, was wir wann spielen und vor allem, welche Bestrafungen es gibt. Wir haben hier zum Beispiel Bestrafungen wie Dialekt, ein bisschen Sportzeit, Mario Bros. The Lost Levels, 0,8 Liter Challenge, Rip Coins für jeden, Mario Bros. am Klavier lernen, Karaoke am Abend vom Stream, einen fetten Among Us Community Stream, Balkon am Abend, also dass ich auf dem Balkon rausgehe bei, weiß ich nicht, minus 2 Grad, ein Cuphead auf A plus Let's Play und zum guten Schluss hier einen Chica Chica Dance. Cringe pur an der Stelle. Wir sammeln Spenden für neues Equipment, meinerseits also in diesem Fall einen neuen Monitor, der etwas krasser ist, ja, ein fetter 32 zu 9 Monitor, dafür sammeln wir dieses Mal Spenden, das wird auf jeden Fall crazy. Und ja, spenden könnt ihr wie immer über die ganz normalen Mittel, ihr könnt natürlich über Superchat spenden, wobei es mir lieber ist, wenn ihr über den Spendenlink in der Videobeschreibung spendet, wo ihr auch mit PaySafeCard, mit Paypal, mit Banküberweisung und so weiter spenden könnt, weil bei Superchat werden mir fast 50% abgezogen und bei dem Spendenlink in der Videobeschreibung wird mir fast nichts abgezogen. Ja, so, wunderbar, haben wir das geklärt, seid dabei, Ripstream 7, Samstag, 2. Januar 2021, 10 bis 22 Uhr. Wunderbar, jetzt habt ihr es euch hoffentlich gemerkt, tragt es euch in den Kalender ein, wir sehen uns, bis dahin und ciao!